Hallo, ich bin Franziska Fischer, die Geschäftsführerin der Möbel Fischer GmbH. In unserem Trendthema französischer Lifestyle geht es um die Kunst, das Leben zu genießen. Bei all unseren Trendthemen haben wir die aktuellen Entwicklungen im Bereich Wohnen und Accessoires berücksichtigt. Wir haben festgestellt, dass wir den Landhausstil momentan überall finden, an der Nordseeküste, in den Hemdens und vor allem bei unseren Nachbarn in Österreich. Bei uns haben wir uns vor allem für den französischen Landhausstil entschieden. Unserer Meinung nach ist er am filigransten und am verspätesten und mit vielen kleinen Details kann man ein traumhaftes Wohnen wirtschaften. Holen Sie sich eine frische Meeresbrise der französischen Küste direkt in Ihr Zuhause. Wir zeigen Ihnen wie. Der französische Einrichtungsstil ist geprägt von geschwungenen organischen Formen, verschnörselten Details und ein Hauch von Nostalgie. Es trifft weiß in Kombination mit Sandtönen auf ziehgerichtete Farbaccenten in Bleu und Rosé. Der charmante Landhausstil, wie man in den Ferienwohnungen in der Britannien findet, besticht durch viel Liebe zum Detail. Natürlich dürfen auch romantische Elemente nicht fehlen, denn schließlich ist Frankreich das Land der Liebe. Dazu gehören kuschelige Kissen und Herzformen. Mir gefällt besonders die Romantik an diesem Thema. Alles ist so lieblich, so verspielt. Hier ein Muster, da ein Ornament, Stilbrüche und Materialmix. Wohin das Auge reicht. Aber trotzdem zurückhalten und filigranen. Die helle Farbwelt hilft, dass es nicht überladen wird. Ich spüre hier sofort Lebensfreude und Gelassenheit. Ich kann hier den Alltag vergessen und einfach das Leben genießen. Es braucht einen gewissen Hang zu Nostalgie. Farben, Formeln und Materialien. Alles erinnert leicht an schöne vergangene Zeiten. Doch der Stil ist auf keinen Fall altbacken. Für alle diejenigen, die sich gerne in einer hellen, reduzierten Farbwelt einrichten möchten, ist dieses Thema perfekt. Es dominiert weiß, helles Holz und zartes Öl. Frankreich-Liebhaber können sich nun endlich zu Hause wie im Urlaub fühlen.